ja und zwar heute und hat aber die schon dazwischen ja das steht hier genau da auch cool aber immerhin hat sich tatsächlich hat sich die hat sich die den aufwand gemacht hier irgendwas hinzusetzen eine gute sache ist aber auch mit einem erstellt also das ist eine gute sache ich vermute ich eine gute sache ich denke schon wir wissen quasi schon was zu tun ist wir haben nur eine sekunde hingeschaut und wir denken wir denken schon miteinander wisst ihr hat er mal läuft schon dazwischen und ich weiß sofort was er will das ist richtig ja jetzt wenn du dann merkt man dass wir echt schon zu lange dass wir nicht lange miteinander gespielt haben ja allerdings okay ja das war klar dass nicht nachgemacht habe ich zitiert habe ich mag es sich irgendwie nicht so dass wir gerade so von einer neuen trenze ich machen irgendwie schon ja wo ist der würfel der muss dabei jetzt kommt ja mir ach so ich glaube wenn du ihn noch wo es war einer bei mir und wenn ich ihn noch so ist bei einer bei dir also mir ist denn ich hab den von einer mal wieder drückt damit drückt dann noch mal okay jetzt wo der würfel okay moment aber okay dann gehen wir dann gehen wir mir genau ja ich bin auch stolz drauf denke ich mal die idee hat die textausgabe gar nicht ganz vervollständig was bringt das laser überhaupt welche eingebaut der würfel der würfel der ist da drin ach so ist es weiß es geht ja das ist weiß es geht da irgendwie so ein bisschen komisch aus nein das siehst du das war tatsächlich kein weißes gilt was dann doch das ist dann welches geht kann ich jetzt auch nicht sagen ich bin vielleicht reflektions gel also es war von fans nur erstellt aber könnte sein das sind noch ein fall dann mal schauen uns an die wand passen wir jetzt an die wand passen das ist ja wahrscheinlich das reflektions geles meint das reflektions geles ja ich habe schon gedacht ich habe schon gedacht dass das gleich sagen wirst ja das das kann gut sein schon mal wie das aussieht ist aber oder gar nicht mehr irgendwie nicht also irgendwie macht das nix ich glaube das ist vielleicht nur deko kann das sein vielleicht aber sie sind faktisch war ja und der war für das war alles von blau kann man ein portal drauf schießen nein ja kannst du so wie auf sammeln mit einem mit dem beam das ist aus oder und dann ist es nicht aus der farbe genau an das nehmen wir runterfallen wenn ich hierüber fliege oder so oder müssen meine selbst haben wir gehen also klug ist level die sagen wenn ich ein checkpoint erstellt schau mehr als manche leute tun ja aber warte kurz ich kann ich habe gerade gesagt ich habe gerade gedacht werden kann doch nur das blaue gel ist ja aber das hat mir die kopf bekommen moment das bringt ja gar nichts also das brauchen wir noch einmal drin kommen wir da rein schau mal so könnte ich den blauen blau ja dann müssen wir es rüber ziehen also rückwärts ziehen am besten oder nee warte mal warte mal das einfach mal das gel rein erneut ich komme nicht hoch genug toll toll tolles level design davon gleich noch mal das sollte ganz zum ende gehen weil dann kann ich aber von da hoch springen und dann kann ich mir nur gar eine letzte chance das geht nicht noch mal genug schlafen das muss genau darauf landen okay okay gut warte lass mich das erledigen ja ja mach okay hast du schon verlass dich auf vater mar das ist immer eine schlaue idee ja gut wenn ich aber trotzdem es wird ich aufgefangen worden geil so geht es auch wie soll es ein bisschen höher ja stimmt oder so wollte es eigentlich klar dass meine schuld naja egal es reicht wenn einer dran ist glaube ich dann gehe ich aus also trotzdem nachkommen wenn du willst ja guck mal ja portal gemacht aber heimler stieger hast du die 1 ich habe ich habe mich auch schon gefragt jetzt habe ich rausgefunden jetzt hier ist nur dieses exit also ich biete ich biete 0 euro für nix okay also 0 euro zum 1,2 und zum 3 ich habe nur diesen würfel die 1 diesen würfel hätte ich habe enttäuscht und naja gut ja irgendwie schon haben wir das machen das würde ich gerne wissen wir leser darüber umdenken können da maximal das hier machen mit dem rein bekommen wird nichts können wir das irgendwie so verwenden eventuell aber nur eventuell eventuell hört sich gut an eventuell wie julian bam verstehst du das hört sich doch besser an dort und eins bei der 10 ja eins dort und eins bei der 10 okay habt gepasst ah ja okay jetzt gibt's halt noch einen laserwürfel genau komm wieder rein genau das kann man ja 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 dann haben wir doch gelöscht naja nicht wichtig du musst dich noch ach so ist er stimmt hier ist alles egal wenn wir werden eigentlich nicht das schon mal egal davon gehe ich auch so ist egal können wir nicht durchschießen na gut abzuwissen von der reise auf die ist auch nicht offen dann gehen wir halt da zurück oder auch nicht jetzt wollte ich noch hier drüben der portal vielleicht kann sich umdrehen um wollen zu kommen wollen wollen wir denn ja genau wenn ich einfach so genau es gibt es direkt runter lassen bei den passagen dann schließe ich direkt das liegt dann hinter beide ok er hat mir auch gedacht aber das ist ja nicht mehr so vorgesehen aber naja naja egal wir machen es eben was ganz so richtig irgendetwas zu und zwar rubenski oder warte ich glaube ich weiß sogar ich glaube ich weiß sogar wie es richtig geht und zwar noch ein portal da drin einfach und eins da oben genau hier so jetzt springen wir beide hier hoch so und zwar in den tanker stein nein nein ich bin so hoch dass wir noch drinnen bleiben wenn noch drinnen bleiben müssen weil dann ist geklappt weil irgendwann war dann auf der ebene davon gewesen ja einfach hätte ich einfach einfach dann würde genau ok auf jeden fall hallo und ich hoffe ich zu wieso langsam wer wer schaut dazu wer ist der robben achso der ist schon wieder mit der habe ich doch vor dem portal 2 gespielt ne äh glaube ich schon ne ja das war auf jeden fall robben hallo marvin und hallo spieler mit dem ich heute morgen gespielt habe ja ich heiße adam hat ist das so schwer zu merken er hat es jetzt jetzt vor allem ist es hier eine portalfläche ja weil das achso ja woher war das auf jeden fall robben ich heiße ha da ist das so schwer zu merken bitte sagst mir geschrieben noch nicht aber hat er hat er denn hat er seinen hatte deinen namen sich vorher schon nicht merken kann keine ahnung ich glaube nämlich dass er das spaß gesagt hat spieler mit dem ich heute machen gespielt dass ich weiß das war nur so ich weiß das war doch nur so gemeint damit zu direkt merkt dass ich das war ich weiß dass du ja ich weiß wer robben ist mal besser trocken da muss ich direkt dass du es bist sei leise ich bin gerade weil ich kenne auch einen robben aus der schule aber das war also ich werde das hätte ich glaube nicht so viel braucht zwei aktiviert aber dafür das nächste aktiviert okay so ein bisschen alles ist so ein timing sache eisenwürfel ja ich glaube wir sollen den würfel hier durch transportieren und das müssen wir genau wir müssen den würfel hier durch transportieren aber warum spawnt der hier er sieht das level design aus gedacht ich hab gar kein portal gun hast du ne portal gun nein sollen wir auch glaube ich kann ich haben dann gebe ich den würfel durch komm nimm ihn warte wo willst du denn wo bist du denn ich hab ihn dir schon in den richtigen raum gegeben ok oh scheiße ich hab dir in der drummode vergessen ah nein das war in der letzten mal ich hab mir gedacht ich hab mir gedacht ich hab mir gedacht dass ich darauf stehen ja genau so geht runter auf den nächsten und auf den nächsten ok das geht ganz runter runter das war ganz easy also dafür ja gleich ne ja stimmt ok auf jeden fall hallo auch an der spieler oh da ist ein ball übrigens spiele stream das hier gerade auch einfach zwitsch also obwohl das das ist auch nicht zwitsch oder wie oder wahl der ball fällt runter und der ball ist tot der arme ball woher sollte ich denn von irgendeinem ball wissen weiß ich nicht gute frage weil wie soll ich den jetzt noch bitte erreichen ich komme ja nicht zurück weil der ist ja umgedreht ja jetzt haben wir ihn schon verkackt wenn wir den ball noch brauchen dann müssen wir ihn neu starten hoffen wir mal dass wir das nicht tun hier ist noch einer also alles gut der counter valley ist fort wird schon passen da ist ein loch sieht aber schlecht aus radamat wenn hier ein loch ist wozu soll der sonst sein wieder so ein timing sache wieder so ein timing sache hab ich eigentlich jemand gesagt dass ich timing hasse äh nein tatsächlich nicht da hab ich jetzt gesagt drück mal den knopf mit mir ja ah ok na warte jetzt wiederholen wir gleich nochmal warte bis die plattform wieder da ist mach mal die türe zu warte ich geh auf nein das war zu früh verdammt ich bin zu früh runter gegangen ich dachte es wäre ich gedacht er wäre schon durch ist mir immer noch so schwer abzuschätzen weißt du jetzt geht es auf den knapp oh shit das war der falsch nein ich hätte schon auf dem bleiben sollen nein crap ich muss auf den nochmal oh das steht es war zu früh drück drauf okay gut ab schon ab schon ab schon okay das tag bitte sag mir dass er jetzt dass er jetzt das ist das ach ich dachte der nächste fällt jetzt nicht runter und da sind wir richtig stark weil das kannst du ja ein fehler ja nein ach man in der abregung sind wir so schwach einfach das gibt's nicht das gibt's nicht oh man du gehst auch schon nochmal los ne und denkst du da fällt schon drauf und dann fällt er nicht drauf ja same Marvin same mit wem redest du mit dem zuschauer Robin runter rauf immer nicht warte mal warte mal warte mal warte mal welche knofe genau war das knapp nein irgendwas war falsch oh nein shit wenn man den genau drücken wird dann wird das aktiviert oh shit ja ans war es genau wir müssen nämlich hochziehen und dann runterfallen lassen drück 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 Marvin warte warte ja nach einer gewissen zeit ist es einfach weg wieder und Robin wie gesagt du kannst doch gerne bei mir vorbeischauen wenn du mir irgendwas besser als wenn Marvin es mir zuerst sagen muss dass du mir irgendwas schreibst na das gibt's nicht Robin ist doch Robin ist doch auf Twitch ne Marvin weiß nicht wie der geht was sagtest du damals Robin ist doch auf Twitch ne ja der ist auf Twitch ja wie gesagt du kannst doch gerne bei mir vorbeischauen wenn du mir irgendwas schreiben willst oh nein der war zu früh nein das habe ich gleichzeitig gesagt oh nein was du bitte ich weiß es nicht oh nein oh nein oh nein warum drück ich jetzt eigentlich ach so wir haben schon so oft Pause gespielt und Timing ist noch einmal nicht unser nein warum nein Timing ist noch einmal nicht unser Ding und Skills auch nicht genau also da hochfliegen und jetzt leichter einfach runterfallen geh runter vom Knopf nein was gibt's nicht ach da muss ich im allerletzten Moment den Knopf hier drücken um den zu halten alter das ist kompliziert alles alter holy shit nochmal BETTER NERVNICH das war glaube ich zu spät oder doch auch noch geil runter 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 auch okay es hat geklappt ok es hat geklappt okay es hat geklappt ok es hat geklappt den Ball das heißt eventuell doch den gebraucht hätten oder eventuell brauchen wir das doch nicht mit der reich schon so hat er war hier der ist weiter vorne ein rätsel ist noch bleiben Das war's für heute. Ah, meine Kurzzuschauer, ich hoffe, dass... Habt ihr gefollert? Danke. Danke dafür, mein Lieber. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, okay, wir haben gerade jemanden gefollowed, ich hab nicht so auf den Namen geachtet, auf jeden Fall. Marvin? Marvin? Moment. Marvin? Echt? Ach, Mann. Marvin? Gut, passt. Marvin? Oh, Kopfhörer, Kopfhörer, Kopfhörer. Ja, bin wieder da. Auf jeden Fall, mir ist gerade... Ich glaube, dass es Robin war, aber ich hab nicht... Ähm, sonst ist nichts aufregendes passiert, auf jeden Fall, ähm... Ja. Die brauchen Würfel. Ja, bleib du meinem Rechner, ob ich die meinen Linken... Ja. Aber das ist schon wieder irgendwie eine kranke Scheiße. Pass doch. Du, ähm, musst zuerst mich hier rüberlassen, und zwar... Brücke nach Brücke. Alter, was... Oder das ist das Scheißige. Okay, und? Nächster! 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 Okay. Nächster! Alter, ist das schwer. Nächster! 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 Oh nein! Das war so knapp. Aber bitte nicht so laut. Was? 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 Wie funktioniert das eigentlich mit dem Multi-Stream? Nächster! 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 Oh nein! Nein! Das funktioniert mit ReStream.com auch. Da kannst du einfach... nur deine Plattformen verbinden. Und dann kannst du... Dann kannst du das streamen. Es geht kostenlos. Ja, das macht recht viele Leute. Marvin macht's. Marvin macht's. Marvin macht's. 2kd macht's. Hey, meint mal. Ich hab noch gar nicht gesagt. Hat er mal... Hat er mal gemacht? Hat er mal gemacht? Hat er mal gemacht? Aber hat er mal gemacht? Das war aber... Das ging sowieso nicht. Mann, jetzt warte mal, bis ich jetzt sage. Jetzt! Oh, so ist es zu spät. Gibt's nicht. Ja, oder so. Mann. Äh, halt, dass ich euch beiden gleichzeitig... Achso, wie du... Auch wie du uns beiden gleichzeitig zuschauen kannst. Du kannst auf, äh, den Link... Nee, 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 nee. Ich glaub, hat er mal den Link verlinkt, ne? Ist er nicht, nee, nee, nee. Nein, nein. Schaust du die Tages auf? Ja, wenn der Link nicht aus irgendwelchen Gründen entfernt wurde, müsste er noch... Also, wenn du bei Hadamals schaust, dann gibt's da so einen Multi-Stream-Link. Da kannst du uns beiden zuschauen. Da kannst du uns beide... Du hast unsere beiden Streams öffnet, wenn du das möchtest. Aber im Prinzip... Dann müsste er noch da sein. Wetter einfach ein bisschen runter, dann müsstest du's da... Warte mal. Warte! Warum? Warum mach ich die ganze Zeit weg? Keine Ahnung, irgendwie Reflex. Weil du ungeduldig bist. Weil du ungeduldig AF bist. Nächster! Alter! Da, wenn man's dir sagt, machst du's du... Aber sonst nimm mal, ne? Nein, ich hab schon... Ich hab schon die Maus bewegt. Das Problem war nur, ich hab nicht genau... nicht genau getroffen. Ich mein' ja nur. Warum bin ich eigentlich die ganze Zeit das Todesopfer hier? Nächster! 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 Ah, das gibt's nicht. Mann! Das ist nicht so einfach. Ein Fresshalter. Nächster! Lass mal tauschen, Marvin! Ja, du bist jetzt was! Oh! Schönes für dich das Todesopfer, weil ich verkackt hab. Ich sah halt aus mir ein... Nächster! Sorry, das musst du jetzt verstehen können. Na, schon klar. Sag einfach immer jetzt, dann werd ich mich bemühen. Und jetzt? Hm. Oh. Jetzt! 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 Oh! Okay, der letzte... Die letzte Brücke ist so ein bisschen weiter weg. Ja, war ich vorhin ja auch runtergefallen, weil er versucht irgendwie so gut gelaufen ist. Welche Seite war's nochmal? Äh, da. Du hast es. Du kannst uns beiden jetzt zuschauen, ne? Ja, das ist cool. Und? Jetzt! Nein, das war ein scheiß Sprung! Oh! Das regt mich auf! Ich mag's nicht, wenn ich aufgeregt bin! Äh, ha, ha, ha! Oh, Mann! Und? Jetzt! Und? Jetzt! Und? Jetzt! Und? Jetzt! Ah, geil! Geht doch! Ball! Alter! Muss ich jetzt ernsthaft den Ball zurück? Nee! 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 Und? Jetzt! Und? Jetzt! Und? Was? Nein! Nein! Ich muss... Ich muss auf der letzten... Auf die letzte Brücke nochmal. Stell den Würfel ab! Ah so, ah ok, verstehe schon, verstehe schon, verstehe schon, verstehe! Wo ist denn jetzt der Würfel? Warum muss der Würfel noch triggern? Der Knopf! Der Knopf! Ach der Knopf, genau! Hallo! Danke! Danke! Lass ihn doch auch liegen! Kann ich bitte? Danke! Ich sehe schon, wird uns am Ende ein Ball fehlen. Oder auch nicht! Portal Gun, endlich! Portal Gun! Ah, Portal Gun! Oh, geil! Oh! Portal Gun! Hat dich vermisst! Trink das! Ah, das ist ein Orgid! Das ist ein Orgid! Äh, du kannst den Chat wechseln! Du kannst, äh, an der Seite sind... Das ist an der rechten Seite! Da sind zwei Chats! Du musst nur schauen, da ist ein... Die kannst du wechseln! Zwischen denen kannst du hin und her switchen! Oh no! Ja! Es gibt diesen halt nicht beide gleichzeitig angezeigt! Weil das... Man schreibt ja nicht bei beiden gleichzeitig! Normalerweise! Normalerweise! Wir sind ja keine normalen Menschen! Oder Marvin? Gerne! Oh, oh! Warte, ich tu's mal kurz auf die Seite! Wirst du nicht... Wirst du nicht... Klar, wir können nicht mehr von da... Oh! Ne! Ah, ja! Von der Seite! Genau! Von der Seite! 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 Jäger! Äh, was denn? Äh, probier das auch zu treffen! Ah, perfekt! So! Jetzt ist ein Ball gespawnt wieder! Da hinten! Da hinten! Da hinten! Da hinten! Da hinten! Da hinten! Da hinten musst du... Weil es muss auch das hier hinten treffen! Okay, jetzt! Ah, jetzt ist ein Ball gespawnt wieder! Ich seh schon, dass wir uns am Ende... Am Ende wird uns so was von hart ein Ball fehlen und... Das ist so was! Hä? Oh, shit! Warum? Warum, Marvin? Nein! Was hat dich verflucht! Hahahaha! Warum, wenn du bist allein? Warum, wenn du bist allein? Ich hab doch noch den Ball ausgedrückt! Ah, geil! Die sind ja kaum rausgedrückt! Ohhhh! Ich bin wenigstens froh zu sehen, dass du überlebt hast! Hahahaha! Du musst dich nicht anhören! So richtig! Nein! Ich wollte nicht lachen! Am Tod geht sich nicht zu lachen! Hahahaha! 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 Ah, jetzt ist alles da! Nimm mit! Ja, denn bald, wenn uns fehlen, werden alles nochmal... Stimmt! Ja! Ich sag's hier und jetzt im Voraus! Ich kann jetzt in die Zukunft! Ich sag's hier im Voraus! Und das wird auch so sein! Das ist hundertprozentig so! Du kannst die Plattform hochkommen, Marvin! Ah, da ist die Plattform! Da geht's hoch! Ja! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Das sieht höher so aus! Sieht schon das Ende, wo wir jetzt gleich wiederholen müssen! Scheiße! Es zählen anscheinend nur zwei Kammern, Alter! Aber hey, wir können jetzt hier eine Abkürzung! Wir können jetzt hier durch! Bei uns ist aber herzlich wenig, weil ich glaub einen Ball haben wir wirklich verfehlt unter denen hier drüben! Ach, Quatsch! Wir haben ja eine Methode, um uns zu retten! Genau! Wir müssen das hier bloß alles nochmal machen dafür! Ach, können wir's wiederholen? Ja, genau! Eben wir einfach den Würfel respawn habe! Ah, okay! Das ging! Ich wusste nicht, dass es es ging! Ich hab gedacht, wir sind stark, weil der Würfel nicht respawnbar ist! Hä, wo ist der Knopf dafür? Ach, der ist da! Okay! Ich hab dir den Würfel! Ich hab dir den Würfel! Ich hab' klar! Ich hab' klar! Geh' los! Nächster! 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 Runter! Also ich muss sagen, dass es eine easy Einlage! Wahrscheinlich die Leistung von allen! Nächste! 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 Und vor allem! ok muss auch mal diese zulässer letzter erster manche er hat sogar gereicht ja weil wussten wusste durchgang auch da ist er mir selber zugewogen okay so kann man 1 und und gefundenes secret fehlen uns noch ein bisschen komisch aus wir das zusammengeführt hat ein bisschen nicht ganz gerade so ein bisschen und die haben also kann man 1 und guck mal hier zwei fehlen uns noch ja zwei fehlen uns noch chamber 1 und von secret da gab es ein secret aber wir haben das hier doch die krit wir haben das hier doch geschafft wo ist denn da wo ist der ball hier von zerstörern und deswegen sie also testkammer 1 ja kurz darauf gehen kurz auf hallo mal kurz drauf und wieder runter runter ja okay passt das haben wir im bali wieder aus die kammer 1 wurde jetzt ja vorhin wurde die als nicht erledigt angezeigt so komisch das auch jetzt ist aber wir haben einen neuen ball also passt anscheinend okay sehr eigenartig und jetzt fahren müssen wir auch das secret finden also wirklich teil der maps ein secret zu finden aber weil dann ist es kein secret wenn es ein teil der map ist das ist die logik des map erstellers musst du verstehen können oder aber was sagst du noch wenn du ein sieg wahrscheinlich seine art kreativ zu sein wenn sie gefunden muss wahrscheinlich voran wahrscheinlich die art des map erstellers sich kreativ zu nennen er wenn du ein sieg gefunden muss um voranzukommen dann ist es kein secret mehr ist es auch nicht aber wahrscheinlich so wie der map erstellers sie ich meine wo es aber eigentlich so genau die grenze zwischen wird und nicht sieg wird und komm mal bitte runter ich brauche dich bei marvin kam runter marvin okay einmal was ist noch her und machen falls da hinten war mal massiv massiv macht hier mach da noch hier noch hier noch hier ja weiter 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 aber ein bisschen kleinsdruck ok passt ja plattform deswegen den weg finden den würfel mitzunehmen mein fehler und sie meine dummheit wenn man den weg weggegangen ist bin ich auch untergefallen ich glaube die texturen hier sind für texturen sind nicht fast aus ja hallo wie bist du da was soll er eingang ist eigentlich genau jetzt weiß ich glaube ich wo genau passt äh lecks bei hana was nein bei mir nicht nein nein ich meine beim stream weil da sagt gerade äh robin das bei ja das ist bei hana mal anscheinend das ist bei dir anscheinend dass das am 1 stream nur schaut weil es bei dir leckt oder so ha 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 ich glaube irgendwie auf der seite das alles schwer gleichzeitig zu gucken bei mir ist auch nicht so perfekt funktioniert aber ich habe keine ahnung wegen wie ich glaube einfach zweitens der zeit zu gucken geht nicht so gut auf der seite ja ey wo sind die portal ganz hin ah nochmal jetzt können sie einsammeln hä leute wie schon ein orangenes auf jeden fall robert ich glaube man kann generell nur aber du sollst besser einen des videos forcieren und dann und dann den anderen ähm einfach nur laufen lassen weil ich glaube irgendwie beide gleichzeitig laufen zu lassen das bringt immer fehler auf der seite zumindest bei mir auch immer demnächst auch nicht dass ich und marins schaue weil ich wollte bei kolon und kolandrum dass ich beide unsere streams schaue aber das hat auch nicht geklappt ja hallo ob du das gehört mal sagen wir doch wenn das gehört hat ich weiß es nicht ja noch nicht geantwortet also wie gesagt wenn es so und beides nicht geht dann denke ich nichts daran deswegen würde ich dir einfach empfehlen nur eins weil habe ich ich wollte wie gesagt bekommen können dann wollte ich auch beide von uns schauen aber irgendwie das hat auch nicht so gut geklappt deswegen ja ein aber auch mal eine leckeres das habe ich letzten endes nur noch einen geschaut das ist dieser hier will ich da rein portalisieren ach der will mich doch verarschen wii 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 geh nicht da ist keine banalenfläche ja hab mir schon gedacht das hast du mal probiert ne hallo mach du hallo mach du hallo mach du hallo aber hier geht es ich werde zumindest probieren ne mal neu oh oh er hat ein detektor rein gemacht nicht schlecht auf den like welch wo 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 da drin geh rein ja was du es doch nein nein du arschloch tut mir leid ich muss das nochmal ausprobieren wirst du mir das anschauen das war so cool warte nein scheiße ha puh das ist das jetzt jetzt geh da raus irgendwo geh da irgendwo hin ich 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 wil Egal wohin du gehst, ich würde dich jetzt einfach da reinschießen, also, geh, los, hey, hier ist noch ein Platz für mich, okay, geh du Axtfresse, geh einfach, du bist zu fett, ich komm nicht raus, okay, soll es keine Liebe zu fett sein, so, bitte, der Baum ist zu fett, aber kann ich den Baum eben auf die Schiene, oh man, Junge, ist das dein Ernst, du hast geh, ich bin weg, ich bin weg, keine Sorgen, ich schieße dich, ich bin weg, du kannst raus, du kannst raus, ich bin schon weg, Junge, du bist noch halb weg, du bist nicht weg, ja Junge, das musst du verstehen können, dass ich einmal revanchle, hallo, Hallo Junge, warte, 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 machen wir es anders, machen wir es anders Junge, harte, warte, 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 warte ... Junge, ich hör dir auf, bevor du einmal stirbst. ich meine hand nein auch mann ja dann helfen wir mal diesen scheiß ich habe ihn gefunden du bist einfach was sein okay so also wo ist der fall ich habe ihn gefunden wo 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 genau da das ist echt zu geil gemacht eigentlich das war echt das ist irgendwie cool hä? was? scherz? ist das ein scherz? guck mal ich hab den ball bevor hä? wtf? ne sag einfach wtf? 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 wo wir runter gefahren sind nein das war kamera 4 wo wir bereits einen ball gekriegt hatten na egal ja ist ja auch egal ja meine rede ich habe übrigens die ganze zeit vergessen in der zweiten lüft das remote gut ich habe dringend gedacht ok erfreulich äh robin hat geschrieben ja habe es gehört aber das habe ich auch schon ausprobiert auch schon probiert und das ging nicht was auch immer er meint ich weiß nicht mehr ja wahrscheinlich dass ähm nur einen stream schauen und den anderen pausieren äh ich kann sich ändern also bei mir wird mein eigener stream auch fliegt aber ne ich kann sich ändern wie es bei dir ist robin ich kann nicht ändern natürlich gibt es hier und da kleine aussitze aber das liegt nur an meinen uuuh schau mal das ist ein bildschirm nicht schlecht darf ein like einmal fortschrittlich gut nice ich will portal gun portal gun bist du von mir getrennt? schon wieder? oh anscheinend nein ich will die portal gun oh man unverschämtheit ich will eine portal gun man wir protestieren wenn wir keine portal gun kriegen stimmt's oh lol ich habe wieder auf mich drauf gelegt portal gun nein weißt du dass es eigentlich rechtlich war? das ist ja ein paar Stunden hast du eigentlich gesehen gehabt wie ich den wie ich den würfel rüber gebracht habe ich habe gedacht das sah schon so aus als wenn ich so machen sollte weiß aber nicht ob es richtig war es ist scheißegal ich habe den würfel no toxin mal willst du nicht mal einatmen? ich habe gehört no toxin soll sehr lecker sein ja was denn und giftig auch aber das ist eine nebensache ja und giftige sache nicht so wichtig unwichtiges detail es ist nicht mal ein test oh man es ist nicht mal ein test nicht nur eine tolles falle nein keine tolles falle nein du totes falle nein du totes falle ich weiß ich kann am main coming wohl nicht mehr raus Luau lol kann ich die platte aufsammeern? nein kann ich nicht was für ein verarsche die platte ich fühl mich verarscht hätte ich gerade noch nicht aufgeben die ganze Map ist ein einziger Witz mann ok was sollen wir jetzt hier tun wenn ich fragen dürfte fragen darfst du schon aber ne Antwort kriegst du wahrscheinlich nicht mal lass mal beide hier drin bestehen ne passt ja nix ok auch nichts muss ich das jetzt verstehen gehn wir zum Neurotoxin das ist cool geht ganz bestimmt nein geht nicht ok schade hätte es sein können wäre irgendwie lustig gewesen erstmal gas ergiften ne komm probieren wir den hier noch wo hier ah da egal ich dachte egal dann springts wieder rein dachte ich jedenfalls wer drüber nein 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 oh nein 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 Marvin hoch Ich kann nicht mehr. Marvin, du hättest doch ne Geste machen können. Okay. Du hättest mich doch mit der Geste hochholen können. Du Beträger, warum hast du mich betrogen? Hast du mich betrogen und betrogen mein ganzes Leben lang? Aber ich verteile dir. Hm, mit der Geste, aber ich glaub's hätte nicht lange funktioniert. Naja, ich wär wahrscheinlich rausanimiert worden, aber dann... Naja gut. Dann wieder rein, ne? Leider. Äh, ich hab keine Ahnung. Also, ich bin offen für Vorschläge. Aller Art. Aller Art. Ich bring's auch. Entweder ist Trudy für mich dein Vorschlag eine Zeit gut, oder ich, ähm, ich mach hier ein bisschen Propaganda. Propaganda oder Mundpropaganda? Nachkoreamäßige Propaganda. Oh, klar. Äh, das will ich ja den 1 zocken, die ich dir da geschickt... Nein, die schon wieder! Die ich dir da geschickt habe, Marvel. Meine falsche Geste! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Nein, ich hab da mal wieder gesperrt! Oh Mann! Oh Mann! Nein! Oh, was machst du? Noch! Oh Mann! Das war das, was Leute, was will ich für ein Scheiß? Was? Also bei mir ist das... Das denke mal so, weil es bei dir abends immer lenkt. er sagt es bei ihm am abend immer legt seine nette wahrscheinlich oder sagen also geht auch davon aus was ist los ob er etwas geschrieben hat geschrieben das und das ist bei ihm abends immer lenken sehr gut wenn wir jetzt für eine kurze zeitperiode auf aber diese meisten zu zehn minuten die war unglücklicherweise jetzt direkt vor dem übrigen aber dann ist meistens wieder vorbei also ich habe keine ahnung wie das bei dir ist aber das probieren hier einfach durchzufangen geht es das geht nicht nirgends bei keiner der tür dann kann man es gleich vergessen also ich bin offen für neue vorschläge die wir noch nicht gehabt haben soll ich mal schauen ist die und empfing ihr fahrrad ist auch sein wie was du ja schau mal also keine sorge haben hat wir sind ja roboter also können wir diesen neurotoxin einatmen na ja klar wir können ja nicht ein gasvergiftung stellen aber wenn man gefunden die mal gut ist ja 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 das stimmt jetzt kommen wir nicht weiter da mal schaut in forums und ich warte anscheinend anscheinend die du mal darauf war ernsthaft die notfalltests erfolgen eine ausführliche interaktion hier das habe ich gerade so gelesen alter gut scheiß drauf wer hat diese idee gehabt das ist doch kein sinn sie könnten aktiv sein alter verarschen macht einfach auf der rechten seite dann zerstöre ich die dann zerstöre ich die tolls nach und nach holy shit alter nein noch mal nicht das ist echt hart das war so machen nein nein wenn ich heute das hier nehmen oder richtig richtig die frage ist bloß so durch weil ich kann ja nicht durch aber ich habe einige torts gekillt marvin auf der anderen seite warte das muss da bleiben marvin marvin ja klar das war eigentlich so gedacht das ist gerade fast aufgegangen gerade gemacht hast wiederhol das noch mal gar nicht wenn ich mal drauf davon stelle ich mal drauf als ob das sehen lassen wird mit herz hat sich eine gebrochene wert das ist traurige was bringt das hier wie nichts hat sich drücken kann ich was umdrehen und hier kann ich nichts machen das ist irgendwas der die welt und aktiviert dieses gitter zum beispiel ist das relevant und genau so gehen wir da runter war noch kurz aber da wird er ja der geht es ja scheiße und wieder ja genau ja noch mal runter gehen noch mal runter war marvin marvin gut so jetzt wieder auf den einkauf da ist doch gar kein würfel 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 ja okay dann haben wir jetzt schon mal den den das ende des tests rausgefunden cool wäre jetzt nur wenn wir den anfang auch kennen oder kennen würden hier haben wir auch rüber vielleicht ist da drüben noch was ja wenn man hier so wenn man hier steht dann sieht man hier eine wand ich sehe ich sehe ich sehe ich sehe ich sehe dann ist da keine wand mehr ach so das ist ein glatt andere aufsteher das ist ein teil der port ja genau sag ich ja obwohl der raum bringt uns ja auch nicht so im moment aber irgendwie ich bin jetzt wirklich in einem anderen raum ich komme ja nicht online dass wir eingesperrt hast du also ich mache auf ich mache auf muppel also hat jemand auch irgendwelche ideen ich bin zwar alles offen wie immer ja nicht immer da wird ja nicht gespoilert werden oder ja stimmt natürlich die von spoilern gefällt dir nicht ne ne die nicht also das macht das natürlich ausgenommen und die idee davon dass bottle 3 nie rauskommt gefällt dir auch nicht ne ja ok gut gibt ein paar Dinge obwohl die wahrscheinlich wahr ist aber trotzdem warum nicht naja wenigstens hat das mit 2 und wenn das mit 2 kann multiplayer hat ich bin so traurig dann ich hoffe dass es sind multiplayer aber wahrscheinlich eh nicht ich werde multiplayer ja brauchen wir eine lichtbrücke irgendwo hier haben wir noch im letzten raum aber noch wir brauchen wir nicht wenn wir nicht da kommt denn das blaue ah da wie kann man denn das blaue gel spawnen lassen können wir das nicht dahin lassen das blaue gel das hast du vorhin gespawnt hab ich das gemacht war das das an was war das hier und hier hoch hier hoch kommen wir auch ohne blaues gel das ist genauso wie in der kurse spagne aber hier hoch brauchen wir einen würfel und einen ball wir haben weder noch da ja stimmt das hier oben aber freut ihr gar nicht freut ihr gar nichts war mal da oben das war da war ich ja schon da komm mal da mal komm mal kurz zurück ja was soll ich denn drüben tun dich auf das aperture science logo stellen das dann blau ist an die tür zu so ok ich komme komme hd.net ja komme ok krass und damit haben wir heute genug geld gekommen hä genug hä hier ist dort übrigens ein ball marvin da ist dort ein ball ach stimmt da ist dort ein ball ein ball brauchen wir marvin ja stimmt auch ja was wenn du den rüber bringen kannst ja müsste eigentlich alle so passt ah jetzt können wir den würfel ah jetzt ok ja gut na gut ich komme zurück warte mal kurz warte mal kurz bevor wir irgendwas sind bitte einmal kurz noch was sinnloses machen ich bin hier oben in der gel oder wo das gel da kommt stopp siehst du im remote view was ich meine ich sehe was du meinst du bist richtig reingesprungen haha ok 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 moment ich wechsle den knopf richtig korrekter man äääh äääh sollte nicht ich glaube dass doch oh ok 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 jetzt den anderen knopf den anderen knopf den anderen knopf ach so sorry marsch marsch uuuhhh nein doch ok nein ey lol du hast den würfel zerstört hab ich den würfel zerstört weil du genau im falschen moment von dem knopf runter gegangen bist und wieder drauf und dann wurde der Peter hier wieder aktiviert krack warte das bringt das gel so warte ich muss erstmal kurz den würfel neu spawnen hier so zurück dich wieder ja ne ok jetzt gehts crawl warte warte lang warte 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 lang warte ok jetzt guck machs ja ok geh runter ok okay okay er Ich hole den Ball. Oh nein, das tue ich! Nein, ich habe es zerstört! Na gut, dann müssen wir nochmal nochmal. Ich bin dein Schwach! Komm! Obwohl, nicht Quatsch, wir müssen gar nicht nochmal. Viel leichter als das. Oh. Ah, okay, ja gut, er war offen. Dann ist gut. Dann hole ich jetzt trotzdem den Ball. Äh. Du musst doch mal auf die Knöpfe gehen, ähm, weil... Gitter öffnen, das kannst du auch von Hause. Jo. Multi Override, alles. Der falsche. Warte, welcher Knopf ist das? Der andere bitte, der andere bitte erstmal. Ich muss den Ball zuerst ablegen, weil der rollt so gerne weg, der würf... Okay, soll jetzt... Der würfel der Eck nur weg. Äh, du weißt ganz genau, was ich meinte. Und außerdem... Wir sagen ja auch nicht, der Ball bald nur weg. Wir sagen ja, da rollt so. Ja, stimmt. Der würfel... Der würfel kanntet so weg, oder so. Ja, ja. Der würfel kanntet so weg, ja, stimmt. Gute Idee. Oh, stopp! Was war damit? Was weiß ich? Komm mal rein, ob du irgendwas nützliches findest oder irgendwas. Komm her, bring einen Würfel her, ja. Komm her, bring einen Würfel her, ja. Nee, bringt das irgendwas? Aber ich dachte, der würfel würde ja nicht hochfliegen. Oder so. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Warte, stopp! Der würfel wird das zerstören. Naja, lass es einfach mal. Ich denke, nicht so wichtig. Wir können später mal schauen. Vielleicht. Ach, die Dinge, die Hakenrolläuchten immer auf, wenn man es fertig hat. Was? Das reicht nicht! Erstmal nicht klappt, versage fünfmal mehr. Haha, das ist voll geil. Ich finde es voll arschig. Ich finde es voll arschig, wenn du labest eigentlich. Zum ersten Mal nicht klappt, versage fünfmal mehr. Ich glaube, ich muss dich hier auffangen. Ich glaube ja nicht, dass man da hoch springen muss, sondern eher da unten. Also hätte ich gesammelt, dass man hier mehr Schwung hernimmt. So ist das nicht wahr? Ach so, stimmt. Gute Idee. Oh ja. Bisschen tiefer. Bisschen tiefer. Bisschen tiefer. Bisschen tiefer. Bisschen tiefer. Nein, das war weiter, genau. Okay, ein bisschen tiefer. So. Alter, wie tief denn noch? Hat er mir doch überhaupt nicht gepasst. Oh, das war jetzt hier daneben, weiter mittig. So, genau. Okay, war jetzt. Oh, scheiße, jetzt kann ich nicht hinterher. Damit ich vielleicht bedenken soll. Ja gut, ja gut, das passt. So. 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 Tief. Wer das fast falsch ist, okay, wer das nicht. Tiefer. Okay, zweiter Versuch hat geklappt. Ja geil. Das kann auch hochlaufen. Ah. Also. Woran hab ich so was erwartet? Wie ist dahin? Geht uns da! Hallo Matt! Wo sind wir dahin? Ah ja. Ne, zu schräg. Ja, aber können wir wenigstens hochlaufen. Fang ihn auf! Oh shit! Drück einfach den Grab! Na gut, bis schon oben. Ja. Bitte stell dich auf den Knopf. Also, ich muss nicht den Würfel drauf stellen. Keine Ahnung, was tut der Knopf denn? Ne, du musst den Würfel geben. Okay. Forever alone! Und, was bringt das? Irgendwie so ein Timer hier ist. Aber ich weiß nicht genau, was er tut. Leuchte, warte mal. Was ist der Timer verbunden? Mit der 2, ne? Vielleicht müssen wir dann noch den Knopf drücken? Oder einen anderen? Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ja, das ist ja schon so ein Button. Das ist ein Button. Das ist ein Button. Davor auch schon ein Button. Das ist in der Mitte. Das ist Rundefelder. Und wo man so das ist. Das ist auch ein Button gleichzeitig. hier soll ich aber auf jeden fall glaube ich nicht gehen ok richtig hochgeschleudert richtig gut nein stürzt mich gar nicht so sehr unter du bist böse ange was durch denn ein idiot sein das tue ich kann ich es bitte einfach mal die lange geschichte eines hadamats er versuchte einen würfeln laser um zu lenken besteht aus 471 wörtern pro kapitel davon 270 stück also das ließ sich doch keiner durch also wenn es ich nicht ist ja auch der sinn und zweck da bitte da und dann falsch nein nicht da da dann bleibt aufstehen da bitte drauf stehen und genau und hier wie wärs ich ja wie wärs wenn du was wenn ich im portal schiebe ich das portal schießt um das um die der dein portal weiter zu führen und dann kann ich dann kannst du dich drauf stellen das ist eine gute idee warte mal kurz und zwar geht es allein das geht nicht schade 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 es geht auch nicht nein ich dachte es geht zurück falsches portal gibt es nicht es bringt uns sowieso nichts daran gewissen was die zwei brauchen aber das lass uns mal rausfinden was was die zwei tut das ist der timer hier ach so ja stimmt es bringt uns dass wir wissen wie wir es aktivieren aber nicht hm hm von 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 Ich habe nichts gefunden. Bleib dran, bleib dran, bleib dran, bleib dran, bleib dran, bleib dran. Was haben wir hier oben im Laser Waffle und jetzt? Das hast du doch schon mal geschafft, den Laser Waffle mit nach vorne zu nehmen. Ich weiß, du musst trotzdem, was bringt uns das? Das ist wieder so ein Knopf auf dem Boden, bleib mal da drauf stehen. Geht gar nichts. Zumindest nicht bei mir. Geht mal nach, oder? Was? Halt mal nach. Hast du eine bessere Idee? Und ja, ich bin auf Pfadis. Ich bin auf Pfadis. Und wo ist offensichtlich, du musst weg in den Übersehen. Jetzt habe ich überhaupt keinen. Wüsste ich wieso. Naja, weil wir nicht weiterkommen. War das Absicht? Oh. Hä? Als ob! Nee! Nee! Das ist nicht ernst, dass... ...10 Hektar Glasscherpen aufsammeln. Ganz alleine. Das ist nicht so vorgesehen. Vergiss es. So, habe ich dir etwa aus Versehen deinen Test vermasselt. Tut mir leid. Richtig doch klar, dass... Aber das ist ein kleines Easter Egg. Du meine, genau... Schau, probier mal die Tür zu öffnen. Geht nicht. Oh. Wird es da gerade erklärt? Nein, das ist wirklich etwas, was zum Ende Richtung Gedicht geht, wie eine Erklärung ist. Aber ist nicht hierfür relevant. Ich hab was gelesen von Companion Cube is Free. Also, wenn du das gemacht hast. Soll ich dir vorlesen, was da oben steht? Ähm. Ja. Warum nicht? Ja, okay. Jetzt muss ich aber erst mal wieder den Weg da rüber finden. Weil... Ich brauche die Lichtbrücke. Hä? Lade, als ob ich den Sprung gerade geschafft habe. Okay. Mit 8? Fragezeichen. Ja, keine Ahnung. Bei den anderen waren wir vorhin riesig unsere Zeit verschwendet. Aber wieder muss sein. Während dein Partner auf dem Knopf steht, wird der Counter um 1 erhöht. Wenn du in der Lage bist, einen neuen Würfel zu kreieren und dann einen Ball in den dafür spezifizierten Ort bringst, ein Pfeil, erstellt von Laser, lässt den Counter auf 3 wechseln. Mit dir ist der Companion Cube frei. Also ja, am Ende wird es zu einem Gedicht mit 3 und 3. Also, 3 und 3. Ah. Ist aber, glaube ich, irrelevant. Mal gezeichnen. Hast du irgendeine Idee? Nein, leider nicht. Hallo Mark. Kann ich mir nicht als Würfel hier in die schämliche Ecke reinmauen? Ja, irgendwer kann wahrscheinlich keine gute Idee. Hey! Ha! Hey, guck mal, was in dem Computer hier ist. Guck mal. Wie beide. Ich sehe ein Schwarzbild. Mach mal an. Schade. Ja, siehst du denn der Stream, Mann? Das hier ist wie der Ladescreen, nur das ist halt, ja, das ist halt der Ladescreen, der ja angezeigt wird, aber... Winky, winky. Oh, Mann. Irgendwelche Ideen, Marvin? Nö. Nö. Ihr habt auch, du hast welche. Und ich hab auch, du hast welche. Na gut. Hat sich das auch geklärt? Okay, wir haben beide keine Ideen mehr. Damit hätten wir das auch geklärt? Gut. Also, ähm... Wollen wir aufgeben, ne? Na, Spaß. Na, Spaß. Ja, bestimmt. Marvin. Sinnvollstes Ereignis auf dieser Welt. Ähm, was bringt das? Gar nichts. Deswegen ist es ja so sinnvoll. Dinge, die gar nichts bringt. Sie sind am größten. Endlich, weil jemand das versteht. Mit sie. Entsprechend, man mag zählen, der sie nicht verstehen. Aber das kann man jemand rausgeschrieben. Und wer? Weiß ich nicht. Was, du kannst doch nachschauen, Junge. Doch, schon. Aber... Gip van... Gip... 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 Gipada... 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 Hat zwar kein Akzent. Entweder ein Schweizer oder der hat sich nur Scherz halt auch. Nein, der hat kein Akzent. Auf jeden Fall bekommen. Der hat kein Akzent. Hat nur Spaß gemacht. Alles gut. Akzente liest man nicht an ihrer Schrift. Aber... Oder hat er das gar nicht geschrieben? Er hat Grützi geschrieben. Grützi. Du weißt schon, sowas... Was auch... Die Grützi, so begrüßen die sich. Aber... Aber Akzente kann man nicht an der Schrift... Akzent hat... Ja... Auf jeden Fall Hallo an dich. Ja... Wir sind am... Steckenfest. Ja... 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 Du hast schon richtig verstanden, was er gerade sagen wollte. Ich bin ein... Ja... Ja... Das ist super cool. Oh Mann, jetzt habe ich... Jetzt habe ich... Was... Ich will gerade auf eines der Schülle Reihe zu machen. Was? Das ist ja richtig cool. Wie geil. Oh Mann, ich hab wieder. Ich überlege was. Das war so cool. Wie geil. Dafür nen Like. Genau. Lass nen Like da und zwar genau jetzt. Genau jetzt. Leute bitte. Daumen hoch jetzt. Genau jetzt. Oh Mann. Oh Mann. Das ist trotzdem geil. So löst man Rätsel. Das ist dein bestes Tutorial auf der Welt. Wenn du was besseres findest, dann musst du mir echt Bescheid sagen. Ich will das sehen. Ja, ja. Ich werde nicht. Ich werde nicht. Das ist definitiv das beste Tutorial der Welt. Also ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo es was besseres geben soll. Das halte ich für ein Gerücht. Ich auch nicht. Ich habe es auch. Aber weißt du was ich auch für ein Gerücht halte? YouTube Deutschland. Hau du nachdenk. Alles wird zugehört? Was? Aber weißt du was ich auch für ein Gerücht halte? YouTube Deutschland. Oh ja. Oh ja. Großes Gerücht. Ja, da verziehe ich mich natürlich auf die größeren YouTube. Dafür auch mal ein Like. Definitiv. Gut. Wo waren wir stehen geblieben? Wir stecken noch immer an einem Arsch. Bringt dieser Button nochmal. Ach das hier. Warte mal. Dieses rote Licht. Dasselbe wie hier oben. Nee. Nee. Die wollen sich ernsthaft... Hä? Aber wie soll man das denn timen? Wie soll man denn timen, dass der Laser reingeht und man sich... In der Zeit... Ich kenne auch ein Gerücht. Geld verdient mit YouTube. Ja. 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 Cooles Gerücht. Also... Ja. Warte mal. Ja Leute, wir grob kriegen es ja irgendwie hin. Ja irgendwie kriegen es ja hin. Ja irgendwie kriegen es ja hin. Obwohl andererseits... Andererseits, mit dem neuen Monitarii... Was sagst du heute noch? Ähm... Hast du mir zugehört? Was hast du denn gesagt? Ja war mit dem neuen Monitarii... Und dann habe ich es nicht mehr verstanden. Ja mit dem... Mit dem, dass so viele YouTubern letzte Zeit demmonitarisiert wurden irgendwie ähm... Hat sich das ja eh erledigt. Also sozusagen... Bist du orne? Ja. wurde ich selber dem mutter sind aber halt viele ihrer videos und es ist dann wirklich auch sehr viele größere youtuber zugetroffen ja aber wie wäre es wenn ich dir hier ist wenn ich dir so richtig coolen fall nach ein bodo wieder froh wo du einfach runter fliegen sind aber wieder hoch pflegt okay blick mal da rein ständig mal rein alles geht nicht ganz das ist nicht so einfach doch bei einer g das müsste ich müsste den unten schießen doch bei roller geht das und online auch doch nicht gleich da ich glaube so schnell kannst du nicht reagieren da muss nämlich dann jetzt gleich wenn ich unter dir schieße über dir das hellblaue und ein moment ja ich warte ich verscheide wenn du so weit bist ja das wird cool man verdient den auch weniger weil es momentan mehr videos gehabt werden als werbung geschaltet wird ja das kann gut sein aber leute viele leute haben ja auch ein app blocker drinnen sondern verdienen leute auch nicht naja viele sind ja auch nicht mehr viele youtuber werden jetzt auch nicht mehr erbefreundlich eingestuft die kleinen youtuber bei denen schenkt keiner beachtung dass das wenn die bei denen wird nix als nicht mehr erbefreundlich entfunden werden vermutlich beziehungsweise ich habe bestimmt ich habe aber auf jeden fall nicht und bei dem ist es auf jeden fall gut hört mich ja auch immer auf bei seinen videos also von dem her also wir haben kurz zeit er ist kurz beschäftigt ihr könnt ihm zusehen wie er unendlich fällt die kleinen schenken von leute beachtung so lang konnte des centers man muss eine nische finden alles klar naja ich naja hat am atlet glaube ich was lädt der noch hoch ich glaube auch netz place aber ich glaube wir machen auf jeden fall macht er keinen kleinen letzten ich mache eigentlich großzeit bleibt das passiert ist das der von kann also das ist echt cool finden also das ich finde es immer geil wenn ich jemanden zuschauen kann wir spielen spielen spielt naja aber haben wir spiel zu grafik ich spiele meistens so bisschen portal und so und total das prinzip zum beispiel noch das ist auch ganz ganz cool kannst du ja mal reinziehen wenn du brauchst ich hoffe der kommt gleich zurück ich will ich will nämlich aber weißt du was du zu tun hast hallo 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 fliegt noch mal bitte nur endlich noch ein fall und ich werde gleich unter die rot schießen du schießt dann über die hallo 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 also eben nachdem du bikke ich denke wo award nicht so hoch beim anderen fliegst du runter das ist cool das ist aber schade ich hätte nur im anderen raum sein müssen nein nein ich fliege bei beidem runter weil du hast ein anderes portal ja auch oben gesetzt und da fliege ich deswegen da runter wenn ich da runter fliege komme ich hier oben raus du tust bei meinem roten wenn du durch mein rotes durchgehst kommst du auf meinen gelben raus das gelbe geht nach oben das gelbe zeigt nach oben das müssen wir noch mal wiederholen aber diesmal mit aber diesmal muss ich sehen wie du hoch fliegst das ist das coole aber wenn wir sich immer wenn ich mich auf der einen seite aufhalten muss ich zu anderen ja mann ich wünsche ich könnte sehen wie du hoch fliegst das wäre geil unlösbares rätsel ja ganz genau dankeschön dass es erkannt hat wer hat es denn geschrieben der big wanderer ich wollte gerade wieder den unendlichen fall mit dem machen da bist du auf der anderen seite wechseln ich bin auf der anderen seite geil ok dann wieder die seite wechseln Mach einfach das gelbe hier unten, mach einfach das gelbe hier unten. Ah ja genau, gute Idee. Also du bist bereit? Ja. Oh geil, ich kann wieder hoch fliegst. Wie geil. Oh Mann. Das ist nicht so cool. Das ist so geil. Nicht schlecht, nicht schlecht. Oh Mann, das ist so cool. Und schon, du verlierst auch gar nicht an Schwung, das ist richtig geil. Ja, weil ich immer wieder neuen sammle. Ja, aber du sammelst immer gleich viel. Wie? Ja genau. Das ist ja logisch, weil es immer der gleiche Abstand ist. Ja genau, aber theoretisch ist ja die Schwerkraft da, das heißt du würdest eigentlich immer langsamer werden. Nee, weil ich immer, ich fall ja immer, wenn ich durch das Portal gehe, durch das ich hochfliege. Ach so, ja stimmt. Sobald ich da, wenn ich im nächsten bin, flieg ich ja wieder runter und da sammle ich dann wieder Schwung. Ja, aber du würdest trotzdem langsamer werden wegen der Luft, äh, weil die Luft würde dich abbremsen. Also. Ja, erstmal würde ich langsamer werden, aber sobald ich wieder runterfalle, wird ich wieder schneller. Ja klar, aber da wird die, die Luft bremst dich ja auch ab, während du runterfällst, das heißt du würdest immer ein bisschen langsamer. Ja okay, aber Luft ist keine Sache im Portal. Ja, ja, genau. Das ist, das ist dein Game, ja, das ist dein Game. Kein Real Life, richtig, Dank. Schön, dass du sagst. Okay, davon, abgesehen davon, ich glaube, außerdem, äh, es gibt kein Spiel, wo wirklich auf Luft oder so was, ja. Also, ja, auf Luft. Ja, ja, das war doch gar nicht. Ich meine, natürlich, es gibt Spiele, wo man so Gasmasken aufsetzen muss und so und Oxygen und was, so, aber das ist halt nicht wirklich, das halt die Luftwängende Rolle. Keine Resort Male. Ja, ich weiß, schon, ich weiß schon, was du meinst, aber halt WG nicht, ich hab nur mal so gesagt, dann passt. Auf jeden Fall, das ist echt geil. Marshroom, Mashroom, whatsapp, whatsapp, whatapp, whatapp. Ey das ist das geglichste, das ist so richtig gut, liegst die ganze Zeit nach oben und man denkt sich nur, hey, lässt dir das Video jetzt cleared up? Weil, wie schafft er es die ganze Zeit nach oben zu fallen? ja gut wenn sie schon sind ja die wahrheit ja okay aber was ist wenn die sie neu dazu kommt ob wir nur portal spielen also heute haben wir schon das prinzip gespielt also als war aber jetzt gerade spielen wir portal ja alles erst mal schauen wie es war denn eigentlich gern sein mit ihr ja nichts besonderes und so ein paar kleines darf erstmal wird es jetzt wenigstens schreibt er hat aber geschrieben das ist kein geld das ist das ist ein game und dann hat aber geschrieben kein relive und dann hat er nachgeschrieben spielt sie nur portal fragezeichen xd habe ich ja auch gesagt ja das wäre halt zu besseren gespielt haben wir kannst jetzt mal kurz schauen also ich will auch noch jede menge anderer spieler aber es will mich halt nicht so das mache ich nur so und das mache ich auch nicht und auf marvids kanal wendet ihr zumindest an die puzzle games doch ja ich spiele gerne puzzle games aber haufenweise alle abend ja so ein tipp wie also das waren ja irgendwie nach wochenvideos schauen weil du sie recht warte mal alles klar und lebt was ich finde es komisch dass dein mail von 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 ihr spricht obwohl nur einer im chat ist ja stimmt dass du von ihnen spricht er hat geschrieben ich finde es komisch dass du also er sagt er schreibt er findet es komisch dass du von ihr sprichst wenn du so wenn du die zuschauer ansprichst ansprichst weil ja eh nur weil er eben einer im chat gerade schreibt das war mir nicht ich habe ja eigentlich und ich wollte ich wollte ihm gerade erklären dass das ja auch sein kann dass man noch ein anderer zuschauer da ist und da damals gibt ja auch das heißt er könnte auch seine zuschauer mit ansprechen trotzdem ich habe das immer noch nicht so ganz verstanden was da passt schon er sagt mir ich habe schon wenigstens was gefunden wegen dem ja ich schaue mir ja so ein video an auf jeden fall mal ich war noch mal was zum teufel hat er da genau geschrieben hat er hat geschrieben ich finde es komisch dass dein mail von ihr spricht obwohl nur einer im chat ist das hat er geschrieben genauso ihr wieso ihr ihr weil du die zuschauer ihr so hast du es doch angesprochen wo ich dachte mir die gesagt wo keine ahnung fragen ich frage den fragt frage unsere frage den zuschauer was ich habe nirgends wo ihr gesagt oder doch kann mich auch daran erinnern ja mit ihr die zuschauer ja ach so ich sag kann manchmal so sachen wie und wenn ihr auf meinem kanal auch dieses und jenes an ja solche sachen sage ich aber das ergibt doch sinn so kann er und wie sieht es aus mit der lösung ja keine ahnung ich habe mir gerade ein video geschaut oder war das jetzt schon erlebt das werde ich jetzt nicht ich bin verwirrt warte mal wie bis verwirrt ach ok wir haben es geschafft dass du hoch fliegst das ist richtig geil ich meine wer schafft schon sowas wer wer ist schon klug genug um sowas zu reproduzieren also bobenhagen auf jeden fall nicht den können wir ausstreichen ja ok aber das ist glaube ich selbst erklärt ja ok aber das ist glaube ich selbst erklärt oh das ist ausgestiegen ja geht es auch langsam warte mal kannst du mal was probieren geh mal spring mal aber da ich ja am portal machen da war ok gut ja ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin durch du bist du bist ein würfel oder woche mal da ist wo ist der würfel eigentlich ja wo ist der würfel ja lass mich kurz neu holen warte geh nochmal hoch und hol ihn ok hol mir nochmal den würfel hast du es rausgefunden ah der war kommt warum häng ich die ganze Zeit ungefähr ist ja keine ahnung aber ja nein als ob der gerade kaputt gegangen ist natürlich ist er das hast doch gesehen mit eigenen Augen und ich hab's gehört mit eigenen Ohren also kannst du es nicht leugnen keine Ahnung oder sein Zeugen was auch immer ok so geh wieder da rein auf die Klau aber bleib doch drauf stehen wie runter gerutscht das muss mir jetzt erklären ich bin nicht ich bin nicht absehbar ich bin auf jeden Fall nicht absehbar nicht runter gegangen war's jetzt aber was oder wir müssen einfach ein paar Sekunden lang da rein halten und erledigt ok aber das hat sich erledigt wir haben es geschafft ok wir haben es geschafft hä was was war jetzt das Problem warum haben wir es nicht geschafft wir mussten einfach den Laser da länger drü- ach sooo ich habe ein faszinierendes neues Test-Element gefunden es wurde noch nie bei menschen und Subjekten benutzt was war's ernsthaft deswegen haben wir so lange gebraucht kann ich jetzt alles in die Fresse schlagen also ich ich bin ziemlich sicher wir waren schon besser als ich glaube irgendwie nicht rüber also naja wo bist du Hanamat? hab ich schon weitergegangen? naja dabei geht es um die Reaktion von Testsubjekten in einem Raum voller Töten geil da ist ein Laser der sich nen Kreis dreht wer die Idee hat der hat auch Zeit gehabt ja aber ich gerade aber irgendwie egal ob ich rüber dreht ich will erst dann mich drauf stellen und schau ob ich mich mit drehe ah ich drehe mich mit oh 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 da wurde was da hat jemand da hat jemand ähm mit dem Hämmer in die da rumgestillt ah what the fuck also klein Instant kill hier alter geil da hat jemand mit dem Hämmer in die da rumgestillt ich drehe mich das ist so dumm warum fühl ich das eigentlich ich bin fuck alter ich muss das ich muss die ganze Welt hm ah egal es trennt sich noch ich hab den Lash ausgeschaltet ne was ist mein Wahres für ne kranke Scheiße wabend müssen die gleichzeitig leuchten was ist das Ziel anscheinend schon dass die gleichzeitig leuchten muss ja nicht was man tun soll okay dann lassen wir gleichzeitig leuchten die frage ist bloß wie wenn er sich diese ganze zeit dreht dreht sich halt die ganze zeit er muss vielleicht muss es nur ganz kurz die ganze ganze alle aktiviert werden natürlich aber wenn wir so gut über präzisionieren dass das wahrscheinlich wahrscheinlich nicht so recht zu tun dafür aber naja wir können es ja mal probieren oder so sind wir gar nicht im vergleich den meisten spieler ich meine halt nur das wird schon irgendwie gehen vermutlich vermutlich nicht ja nicht so negativ denken in einem positiven geist behalten ich weiß schon die mensch ist generell was da sind drei sterne hier wurde es ausgeblendet hast wenn du dumm geschrieben hast dann kann sein dass das von meinem chat ausgeblendet worden ich habe doch mal ich habe dumm auf die span doof ich habe ich habe dumm und glaube ich auf die spam liste gesetzt weil als jemand irgendwas als jemand halt diese wörter verwendet gegen um beleidigungen auszusetzen das wollte ich sagen wir haben noch drei würfel übrig und dann schauen ob es so geht ich schalte den wörter selber ein ich halte den wahnsinn an aber kurz alles aktiviert aber war das irgendwas gebracht da oben ist auch noch ein ziel marvin der laser bringt einen sofort um hab ich dir doch gesagt vorhin denn er hätte mir nicht zugehört oh man das habe ich dir gesagt dass du hier drauf warst und nicht gestorben einfach anmachen und gucken richtig würdest du doch noch geantwortet da hat anscheinend jemand zu viel mit dem paper editor naja aber ob ich nicht weil weil der laser sich dreht deswegen habe ich das gesagt ja super oh man was soll ich übrigens schon da hinten ist noch ein ziel war okay da hinten ist noch das hier noch was hat mir noch mal aus das macht viel spaß es bringt einen um und du hast es selber selber vorher vorher wollte es selber ausschalten ich denke das lenkt es ist es ist dieses aus probier es aus ich gehe einfach mal davon aus ja man muss alles umbauen das ist ja auch andersrum von wie bisher das was hier anfangen genau das geht bleiben dann den nächsten nach rechts kann ich den ich dann stellt dem mal um das ja und ist die zwei die kann ich ja nicht beide fokussend ich kann halt nur ein fokussend du hast du hast doch noch drei weitere würfel links damit einem nach rechts dann wieder nach links dann lassen jeder hochstoß je nach ihr dadurch nein 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 falsche rechte nach links je nach links genau nein nein so auch nicht sorgen jetzt auch das geht auf das geht auf das geht ja auch dazu dann macht du doch auch du kannst auch machen du stehst dann herum ja ich habe so schlecht präzisionieren ich kann das so schlecht ziel ich kann das so schlecht ab sich wohl damit weißt du ja gut stell mal ein und ich stelle es ein bisschen genauer ein okay so hast du gedacht das gibt doch sinn oder ja schon wahrscheinlich junge soll ich dir nochmal wieder eine lektion erteilen oder was präzision ich habe den aufgesammelt ja auch scheiß laser Ah! Holy shit! Oh fuck! Liegt er jetzt wenigstens gut? Ja, probieren wir mal dazu. Ja, probieren wir mal dazu. Au! Oh, es hat jetzt geklappt. Es hat einen kurzen Moment reingeleuchtet. Aber es hat nicht komplett geklappt. Noch nicht. Aber auch Zweck hat er mal. Ja, weil ich hier hochkommen musste. Wo hast du denn immer so runter? Kann man da steht dann nicht gescheit. Nein! Vorhin habe ich den richtig hingestellt, aber da komm... Fuck. Du hast nicht reingeklappt. Was ist das für ein nerviges Level? Okay, so jetzt steht der Würfel richtig. Aber jetzt bin ich gespannt, wie du selber auch... ...wenn der so gescheit steht. Ich weiß es nämlich nicht. Man steht nicht mal gescheit, der muss irgendwie weiter nach links. Also geht der hier. Fuck, ich habe es nicht mehr rechtzeitig geschafft. Ja, dieses Level ist schon ein Sternchen, ne? Papa. Fuck. Er hat es echt geklappt? Hat er richtig gelandet? Nein, hat er nicht. Er ist ein bisschen verschoben. Ich muss ihn noch ein bisschen anders drehen. Ich schalte ihn mal aus. Fuck. Oh, gierig. Ich will ihn mal ausschalten. Danke. Wir probieren wir es nochmal. Wir probieren es nochmal. Warte mal, schau mal, ob alle leuchten. Ja, gleichzeitig nicht. Warum nicht? Die leuchten alle, glaube ich mal, aber nicht gleichzeitig. Keine Ahnung. Ja, schau, schau mal, schau mal drauf. Ich würde gerne sehen, warum die nicht gleichzeitig leuchten. Oh doch, da leuchten die meisten gleichzeitig. Jetzt. Ja, leuchten die meisten gleichzeitig alle bis hier. Aber da, das da leuchtet nicht. Ah, der Würfel ist nicht gescheit, okay. Wie viel Spaß dabei, den noch höher zu schieben und dann später hier hoch? Nein, nicht höher. So ein bisschen an der Seite. Dann komme ich auch besser hoch. Wir sollen schauen nochmal an. So, das sieht gut aus. Falsches. Falsches. Das ist ja. Ja, geht Tübing auf. Jetzt enttäuscht mich nicht. Geht doch. Das war ein hartes Stück Arbeit, aber wir haben es geschafft. Alter, das erinnert mich voll an eine Map namens Quick Chambers. Okay, Moment. Von Mr. Late. Stell ich hier hin. Alter, das ist doch echt deine Kopie von Quick Chambers, Leute. Na gut, egal. Mal. Auf jeden Fall. Irgendwann schießt das rote Portal dort. Äh, ja. So viel dazu. Kein Checkpoint. Ach, scheiße. Das war's mit Hadamard. Ich kann Hadamard von meiner Freundesliste streichen. Er ist tot. Dann bin ich gespannt, mit wem du zukünftig Box 2 machst. Gute Frage. Ich hätte niemals Ersatz dafür finden können. Jetzt sowieso, als wäre ich dir so unwichtig. Ich weiß ganz genau, dass ich dich bin. Irgendwie funktioniert das nicht. Alter, ich hab schon nicht so viel zu klein, Alter. Okay. Okay. Wie funktioniert das nicht? Alter, ich hab schon nicht so viel zu klein, Alter. Okay. Okay. Du bist fest. Er tracht. Fehlfunktion. 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 Frag meinen Tieren. Wer ist doch gerade nachgemacht? gemacht wird die frage wenn die jahre nachgemacht ich würde gern wissen ach so nein ich habe niemand nachgemacht soll ich einfach so gesagt oder sogar aber jetzt ist sowas ähnliches vielleicht ich bin hier oben das glaube ich ich habe auch geschafft jetzt kommt schon du bist du bist doch besser als ich trotzdem ist dabei dass das eine lüge ist aber trotzdem ich sag dir auch gleich was es ist das ist eine lüge du bist nicht besser als ich aber ich höre jetzt zur ermunterung trotzdem so sagen ok ja ich bin nett von dir danke nein ich hab's nicht gespielt warum hab ich das erwartet warum eigentlich nicht vorsicht hat sich dieses komische nervige dinge ausgedacht irgendwie deshalb habe ich so verdammt an die map quickchamber sie ist so verdammt ähnlich der erste verdammt ähnlich zuversichtlich ähnlich wie ich fast sagen würde ich es kopiert aber doch fast der unterschied ist dass die bahn mehr kürzer sind dann glaube ich es ist eine weile her dass sie gespielt aber auf jeden fall ja und das design ist ein bisschen anders ok ist also früh jetzt 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 oh ich geh zu schnell so ein bisschen später muss ich los ja doch gerade bevor es wünscht ja doch gerade bevor es wünscht auch so auch auch aus auch ja Aaaaaaah Oh shit, was war das für ein Sprung? Was war das für ein Lauf? Nein, hat nicht geklappt. Was war das für ein Sprung? Wo ist das also? Ah, ich hasse diesen Laser. Der kam auf die Bescheuerte, die einen Laser, äh, hier einen Laser nicht mehr kommt. Der hat einen Laser anzufügen, der einen sofort tötet. Ah, ja. Hallo? Ja. Okay. Das ist immer noch nicht geschafft, sehe ich. Okay. Nein. Aaaaaaah. Das macht dich nicht schneller, das macht dich langsamer, wenn du... ... ... ... ... Weißt du, eigentlich müssten wir... ... eigentlich müssen wir zukünftig unsere Werte... ... Erste Kriterie, das ist die schlechteste, genauso gut wie das Klettern an der Leiter in H5F. Die zweite Kriterie, immer noch besser als das Klettern an der Leiter in der Source Engine. Die dritte Kriterie, genauso viel wie die radioaktive Flüssigkeit wert ist. Und die vierte, eine halbwegs gelungene Map. Schiffst du dem nicht zu, Marvin? Okay, ja, anscheinend. Marvin, das macht dich schnell, erstmal nicht langsamer. Nein. Das ist unmöglich. Ich hab's auch geschafft. Komm, schau, der ist enttäuscht. Hast du diesen Laser? Du bist nicht der Einzige, ja. Du bist nicht der Einzige, ja. Aber eigentlich ist der Schalter da innen, um den Laser einzuschalten. Nur eine Lüge, weil es gibt einen Knopf, um wieder auszumachen. Das könnten auch zwei Knöpfe sein. Das könnte auch ein wenig, um den Moment, um den Zufall zu sehen. Oh, Mann. Oh, Mann. 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 Mann.k Mann.�. Mann. das gibt es nicht das war das portal so schreckdrehen ja was denn als portal ein bisschen näher ran machen an einer seite das ist das ist das ist ganz bewegt das ist quer drehen nicht das andere das ist diagonal zu dir liegt und nicht senkrecht kann ich weil dabei das gelöscht wenn ich von dir runter geht okay gut dann noch mal nicht drauf geht nicht nicht groß genug sagt wer sagt wenn du fertig bist okay ich schlaf vielleicht ein bisschen nein okay also ich bleibe hier was das ja 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 das geht nicht da kann ich jetzt so wenig skill dafür hat er mal hallo hallo ihr habt doch gesagt du sollst nicht erst dann weg wenn ich so wenig skill dafür meinetwegen mach es doch so dass du da und da noch ein bot hat ja aber das ist das funktioniert nicht das ist zu detail wenn du sehr gut teilst dann klappt es nein aber du hast recht mache ich das so hallo ja has hallo wird es jetzt ab Das ist also früh. Und am abkürzen ist eine gute Idee. Was ist eine gute Idee? Und am abkürzen. Nein, es gibt es nicht. Wer hätte die Idee der Abkürzen vorgeschlagen? Ich. Oh. Also habe ich es auch noch geschafft und dann, ich komme irgendwie nicht rüber. Ja. Ich bin dumm. Einfach geradeaus laufen, wenn du durchs... Geradeaus und dabei kriechen, ganz wichtig. Geradeaus und dabei kriechen. Nein. Aber sobald du fliegen bist. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Aber sobald du fliegenst. Ich bin dumm. Aber sobald du fliegenst. Ich habe mich mit dem Fliegenstern. Alter, das gibt's nicht. Warum? Warum? Weiter zu früh. Was hab ich da wieder gehabt? Hallo, Matt. Hallo. Ja. Ja, was ist denn? Ich hasse es, wenn niemand so da ist, deswegen. Okay, okay, was soll ich denn sagen? Ich will nicht, dass du die mit mir wegpfändst, auf jeden Fall. Soll es wahrscheinlich nicht passieren, aber nur, um sicher zu gehen. Unwahrscheinlich. Okay. Tief ein und ausatmen und dann los. War zu früh. Hashtag jetzt Spannübungen mit Hadamard. Spannübungen mit Hadamard. Nein! Oh, die bleibt offen. Oh, die bleibt offen. Und Marvin sorgt für die Comedy dabei. Comedy. Ja, da bin ich auch. Also Timing Sachen. Wenn sie so schwer sind. Aber wenn sie so schwer sind. Bist du? Ja, meine Güte. Ich hab keinen Skill. Du wärst es schon. Oder springen. Ich hab keinen Bock, das ist die ganze Zeit zu machen. Ich hab keinen Bock, das ist die ganze Zeit zu machen. Warte mal. Eventuell kannst du auch... Nee. Okay. Das geht nicht. Das ist die Portal. Das ist keine Portal. Das ist keine Portal. Siegen kannst du schon, aber das ist halt getraten. Ja, okay. Lassst du dann kurz die Cheater machen? Ich hab keinen Bock. Okay, ja, okay. Mein wege. der nächste test wurde von einem der nobelpreisgewinner von apertur erstellt ich weiß nicht wofür der preis war drückte ein kopf war wenn es gedrückt wie war sie denn jetzt anna er geht es nicht und dann wie gar nichts Oh Homisch das wieder wie gar nichts was abackt wir müssen die müssen die knöpfe anders drücken und tauschen schau mal auf die flächen da sind bestimmte spieler drauf ach so ok ich weiß was du meinst du hast du da drüben noch mal ich glaube ich glaube müssen die knöpfe sind zum anhalten dann lass es mal genau und kommt drücken wir die knöpfe und jetzt gehen wir stellen wir uns erst drauf wenn wir anhalten wollen jetzt aber wir sind zu früh noch mal es war doch drauf ich muss ja so wie in dem anderen raum haben die alle die zeit durchhalten in dem anderen raum war das ja so ich musste wir sind die knöpfe wieder gleichzeitig drücken ansonsten passt nicht jetzt jetzt ich habe es aber das ist schon zu schnell draufgegangen wie du mal zu teilen ob meine erst auf die platte zu gehen wenn es passt ich gehe vorher doch ein ach wann kann man nicht erinnern ich denke wie war das dreht sich schneller weißt du nein ich denke mal dass ich hätte mal mit der sich reflex halt mann aber wenn ich dann abwassert ist es wieder zu spät nachher erdrückt ich komme der sache näher mann jetzt der nervengiftdruck bewegt sich in einem gefährlich und tödlichen bereich ja und wir sind auch roboter macht uns nervengift aus heute eigentlich nur eigentlich das hier doch doch der würfel also bei mir noch immer nicht das wird da reflektiert okay als ob der einig wie nicht so ist wenn man den ersten so umgeleitet hat dann egal eigentlich exit of blue screen warning modern core warning operation error has been corrected das ist nicht nichts mehr blau warst du es für die mehr frei oder kommt was es kommt noch zwei teile war jetzt schon ist schon 0 müssten ja ich sie es ok 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 wir haben er ist wie auch hier weiter da leute an ist es auch bis dahin also ihr weiß bescheid morgen bis dann morgen ist morgen wird sind werden wir das dann also dann bis morgen und dann zum schaden wir sind im nächsten stimmungs also ziemlich beendet also dann